Einer der letzten lebenden Aufseher aus den Konzentrationslagern der Nazis ist heute verurteilt worden. Fünf Jahre muss der Mann ins Gefängnis. Er ist 101 Jahre alt. Bei uns ist Bild-Chefreporterin Antonia Jamin. Sie ist Israel-Expertin und hat den Fall über Monate verfolgt. Antonia, sag uns, schön, dass du hier bist. Wird dieser Mann je eine Zelle von innen sehen? Nein, das muss man einfach so sagen. Er wird natürlich diesen Urteil bekämpfen. Er ist schon 101, wie du gesagt hast. Er wird irgendwann mal unknastfähig sein und vielleicht sogar wie vor ein paar Jahren, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, Oskar Göring, einen Tag bevor er ins Gefängnis gehen musste, ist er auch gestorben. Das passiert halt mit so alten Männern. Aber da muss man natürlich auch andersrum fragen, warum fällt das Urteil jetzt? Das sowieso. Deutschland hat sich da sehr viel Zeit genommen. Man muss auch sagen, sofort nach dem Holocaust, nach dem Krieg wurden ja sehr viele Menschen doch verurteilt. Aber man hat halt immer die Top-Generale genommen und nicht die, die quasi nur Wachmänner waren, so wie jetzt in diesem Fall Josef Schutz. Und du hast auch mit einem seiner Opfer gesprochen, hast mit einem israelischen TV-Team darüber auch einen Film gemacht. Erzähl uns mal davon. Also wir haben ja, wie gesagt, wirklich diesen Fall monatelang verfolgt. Es gibt heute in Deutschland zwei Fälle, zwei Prozesse. Dieser eine Prozess von Josef Schutz, 101. Und noch eine, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, die Sekretärin von Stutthof, 96. Die hat auch versucht zu flüchten, bevor ihr Prozess anfing. Wir haben tatsächlich mit Holocaust-Überlebende Emil Farkasch, 93 ist er, zurück nach Sachsenhausen gefahren. Er war da Häftling und das ist, was er uns da gesagt hat, über diesen Josef Schutz, der heute verurteilt worden ist. Er schämte sich und hatte sicher Angst. Ich bemerkte, dass er mich ständig ansah in diesem Saal. Ich sah ihn da sitzen und er hat mir direkt in die Augen geblickt. Und haben Sie ihm zurück in die Augen geschaut? Ja. Und was haben Sie ihm mit diesem Blick gesagt? Ich habe nichts gesagt. Er weiß, was ich denke. Und was denken Sie? Dass Gerechtigkeit ziemlich spät kam, aber dass er verdient, was ihm jetzt widerfahren wird. So hoffe ich zumindest. Wirklich ganz bewegende Worte. Antonia, viele fragen sich natürlich, macht es überhaupt Sinn, ist es richtig, so einen dann überhaupt noch vor Gericht zu stellen? Du wirst sicherlich sagen, na klar, man muss auch ein Zeichen setzen. Ja, heute hat man in Deutschland vor Gerechtigkeit gesorgt. Ja, sie kam zu spät, aber besser spät als nie. Ich habe vor einer Stunde mit Emil Farkas telefoniert. Er hat gesagt, man sollte ihm viel länger im Gefängnis geben und ja, das ist natürlich zu spät. Er hat dann wieder seine Nichte erwähnt. Sie war zwei Jahre alt. Erika hieß sie, als sie ermordet worden ist im Holocaust. Der hat mir gesagt, sie wird für immer zwei Jahre alt bleiben. Dieser Josef Schutz ist heute 101 Jahre alt, aber als er diese Tat gemacht hat, er war 21, er war ein fitter Mann. Er wusste, was er macht. Er hat beigeholfen, über 3.500 Häftlinge zu ermorden und da kann es niemals zu spät sein. Antonia Niamene, ein berührendes Thema, ein Tag der Gerechtigkeit, auch wenn er nichts ungeschehen machen kann. Vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020